8 Prozent Inflation, da will ich mehr Taschengeld. Schließlich muss ich Spielzeug kaufen und Süßigkeiten. Ich bin in der Nähe 100 Prozent in der Nähe 100 Prozent. Hier ist ein 1 Euro Shop. Es ist ein bisschen wie ein Daiso. Es ist sehr, 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 sehr. Es ist sehr, sehr, sehr. Ich habe das letzte Mal in der Nähe 100 Prozent. Ich bin in der Nähe 100 Prozent. Ich habe das Auto-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag. Der Schöpfing-Mol hat auch schon so, ich habe mich schon überrascht, und so viel zu verabschieden. Also, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt, in der Stadt. Ich habe diese Kinder für 100.000 Euro-Marschäu. Für diese gute Sachen. Hier gibt es auch so Pelikan Sachen, hier gibt es unglaublich viele, so für kreativ Sachen, weißt du hier? Zum Baßen? Ja, und auch zum Maen und so. Hier gibt es noch ein Knochen. Meist ist das Knochen. Und hier ist noch ein paar Jägerpläste, aber auch wenn sie in die Kinder Party sein können. Das kann ich mir memorieren. Hier infrastructure immer noch ein paar Bilder ausdenken. Overall, hier ist eine neoh- Rubin. Wir kaufen in dem Paar. Ich hab dir alles aus, und wir gerade im Gemeinsam heraus, wenn ich jetzt noch etwas vor etwas schwales Pfeife habe, Also habe ich noch einen deutschen Seinfan. Warum kann ich mir nicht hier ausgehen? So creierst du eine figurenung. Er ist so gut, dass ich das. Ich würde das vectorieren und ich könnte essen. Man kann das noch 1 Euro nicht ändern! Vielen Dank für den Berg. Hier geht's die Spannung und es ist nossa Zeit! Und dann wird es wieder kurz. Okay, das ist ganz schön. Fantastisch. Oh, das ist schön. Ja, das funktioniert. Ja, das passt so gut. Ja, das passt so gut. Guck mal. Winter und Sommer. Roger. Das war's für ihr. Ich hab dir den Wunscher. Wir werden noch nicht in der Kaube. Wir wollen die Kaube mit dem Wunscher. Das ist die Kaube. Ich habe die Kaube. Ich bin ein Kaube mit. Ich bin ein Kaube. Ich bin ein Kaube bei der Kaube. Das ist eine Kaube. Ich habe heute Abendessen, ich habe einfach nur ein bisschen zu essen. Und jetzt hier in der Kiste von der Kiste, die ich hier habe, dann hier in der Kiste. Wir haben hier in der Kiste, die ich hier in der Kiste habe. Und hier in der Kiste, die ich hier in der Kiste habe, und ich habe hier in der Kiste. Die neue Jäu-Nechai auf dem Ich bin ein sehr schönes Haus, und ich bin für die Vögel. Okay, SMBR! Heute ist mein 100.000 Jäu-Nechai. Die Sofum-Shops, die ZO-ZO-Nechai von den Sofum-Shops. Ich bin hier 100.000 Jäu-Nechai-Nechai-Decoration. Ich würde mich für das so gerne machen. Wir haben die meisten in der anderen Leser mit den Echoback. Das ist die Echoback-Echoback-Echoback. Ich kann einen Schraub-Echoback auf dem, bei der Echoback-Back und den Echoback-Back-Back-Backen-Backen sein. Der Echoback-Back-Back-Back ist gut. Also, wir haben jetzt die Echoback-Back-Backen. Ich bin jetzt hier um den Echoback-Backen. Ich habe mich nur auf den Schmack auf den Schmack und auf den Schmack auf dem Schmack. Ich habe auch viele Sachen in Korea. Ich habe auch viele Sachen in Korea. Also, in der Internet-Blogs, die ich habe, wie ich es mache. Ich habe auch hier einen Hinz. Ich habe auch einen Schmack-Bug für 100-Jährigen. Ich habe hier einen Schmack-Bug mit dem Schmack-Bug. Das ist eine sehr sehr günstige Echoback, die diese Vögel sind sehr schwerer. Ich habe einen kleinen Teich, einen kleinen Teich. Ich habe die Teich, die ich denke, das ist, dass ich es so leichter ist. Ich habe hier einen Teil von Teich, einen Teich, einen Teich, einen Teich und einen Teich, einen Teich. Ich habe das kleine T-Teckel auf den Ort. Das ist das Körgeln, der hier unten in den Körgeln einen Fischklappen. Ich habe die Körgeln für die Körgeln, aber auch, die Körgeln ist sehr, sehr günstig. Das ist das Beispiel hier, die Körgeln zu verwenden. Ich habe hier den Körgeln und das aufbauen. Die Körgeln können wir natürlich hier in der Körgeln stäcklen. Ich habe hier eine Art von einem anderen Seite und ich habe das eine Art von einem anderen Seite. Ich habe die Art von 101-Han-Tage, die ich habe, und ich habe das Print-Karte. Ich habe das Print-Karte, die ich hier unten auf Karte und auf den Kartei-Log, aber es ist auch so gut. Ich habe das Tablet auf den Kartei-Log und die Kartei-Log. Und hier ist es so, wie ich hier schreibe. Und die 1001-TOPFER-TOPFER-TOPFER-TOPFER-TOPFER-TOPFER-TOPFER Nun ist heute neos 1001-TOPFER-TOPFER-TOPFER, jerk-TOPFER-TOPFER Ich bin heute Morgen nach meinem Freund in die ophel, zu meiner Ansinnen. Mein Anfang zu sein, der neos 1-TOPFER-TOPFER-TOPFER, den ich mit ihr an zu einem Geruch ab und dann noch nachdem der Stimmenmehr zu kommen. Da sind die Stores, also hat man die Familie und der Familie im Program zu Gast. Die Familie hat ein paar Gedanken gemacht. Je meines Jahre war eine Einzige Gewirbel zu haben und wir müssen nach 100 Jahren willkommen zum Haus bis zum einen Einzelnen. Die Kinder sind das 100-EE-JERN-DF-D-DF-S-AO-N-G-DF-H-H-I-D-H-S-H-L-DF-H-D-H-S-T-H-S-T-H-T-H-S-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-TH-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H-T-H. Ich bin der Zeit, wenn ich um das mal, dann bin ich wieder. Ich habe mich da, dass ich hier sein kann, wenn ich hier bin, dann bin ich hier. Aber ich habe mir alles, dass ich mich überlegt habe. Also, ich bin jetzt jetzt auf der Begriffe. Aber es ist der 100.000 Einzelnen? Wir haben uns heute einen Räuber aufgeriert. Ich habe mir noch ein paar Wochen schon wieder gewonnen. Dann habe ich noch einmal 2-mal wieder geblieben. Ich habe noch einen Eindruck. Ich bin jetzt wieder auf den Kuchen. Ich bin jetzt auf den Kuchen. Mein Mann ist bereits in der Kuchen. Wir machen jetzt 100-jährige Kuchen. Wir haben die Kuchen sehr einfach zu machen. Wir haben die Kuchen zu kaufen. Und dann wird der Kugel mit dem Kugel geöffnet werden. Und dann wird der Kugel mit dem Kugel geöffnet werden. Glückwunsch! 100 Jahre herzlichen Glückwunsch! Weißt du, wie viel du davon kriegst, Neo? Nichts! Jetzt kommt noch eins oben drauf und da muss geputzt werden, aber ich weiß nicht, wie viel Sahne da noch übrig ist. Ah, heute ist Neo 100 Jahre herzlichen Glückwunsch! Ich habe einen schönen Kuchen gemacht! Ich war einfach nicht, es ist auch der Angele. Es ist einfach hier, zu sagen, aber es ist die Frage, die Frau in der Nähe zu sitzen. Das ist wichtig, wenn die Frau in der Nähe zu sitzen, dann muss sie einen Moment sein. Ich habe meine meine Lieblingsselung gepackt! Ich habe die Hälfte gemacht von meinem Chefs Bringen. Meist ist sofort nicht gut, dass ich keine Lieblingsselung imUE. Ich habe unsere 1001-Karte zu drehen, und ich habe ne Geräusche für meine Lieblingsselung. Ich bin jetzt noch ein paar Zeit. Ich bin jetzt schon 11 Uhr. Jetzt sind wir jetzt 3 Uhr. Ich bin jetzt noch ein Kind. Ich habe aber Zeitgegenziser. Ich bin jetzt zu Hause, um mich zu Hause. Ich bin jetzt noch zu Hause. Ich habe mich nicht auf der Zeit sitzen. Ich habe mich auch noch auf den Haaren gemacht. Ich habe mich noch auf die Haare unterzunehmen. Ich habe mich noch auf den Kopf geklappt, gerade auf den Kopf. Wenn ich mich nicht so gut fühle, dann schlau. Ich habe die Hörbots, ich habe die Hörbots für die Hörbots. Ich bin jetzt hier. Ich bin hier dran. Ich muss mich jetzt auf die Hörbotschefee machen. Ich bin hier auf der Hörbotschefee. Ich habe das hier schon mal gefeiert. Wir haben hier hier ein paar Hörbotschefee und wir haben hier ein paar Hörbotschefee. Ich habe schon mal eine Verlust vorgestellt. Ich habe das Haus mit dem Bisschen. Sie haben eine große Bisschen. Ich habe das Haus mit dem Bisschen. Jetzt habe ich den Bisschen. Wir haben den Bisschen. Die Bisschen sind zusammen mit einem Bisschen. Ich habe den Bisschen. Ich habe den Bisschen. Ich habe den Bisschen. Du bist hier? Es ist nicht so. Aber ist es egal, was ich nicht tun? Heute ist er der Mann. Das ist der Mann, das ist der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Du bist der Mann, der Mann, der Mann, der Mann! Die Mann, der Mann, der Mann ist der Mann. Ich habe die Mann, der Mann. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich kann es nicht mehr so gut machen. Oh, das ist gut. Ich kann es nicht mehr so machen. Ich kann es nicht mehr so machen. Ich muss jetzt einen Weinkäseher benutzen. Die Backe ist eher so groß. Een paar Kräfte. Ich habe die Bestigung für die Backe, die es in Begriff. Die Backe ist immer noch zu sehr. Derini, die米awasen zu fragen, die ich eingelie, die aber auch in der Dosenfakkel. Die Backe ist wichtig. Ich glaube, hält am besten. Du bist ja sehr. Votar sein wird so hoch. Ah, ich bin ebenso! Und dieser hat die Kupfer gekauft. Ich habe heute eine Kupfer durch die Kupfer-Solge aus der Kupfer-Kuspionei hier. Ich habe hier die Kupfer unter Gangpäu gebraut im Wackeln. Also als ich nachdem, dass ich etwas Kupfer durchfüge Ich habe. Hier wird das Kupfer durch. Also wie ein Kupfer-Kupfer-Kupf, wenn man eine Kupfer hat, kann man es wirklich um, weil ich zwar Kindheit auf der Kupfer, ich habe nur eine Kupfer-Kupf. Es ist schon so schön. Es ist schon so schön. Und jetzt habe ich die Begleitung. Die Begleitung. Die Begleitung. Die Begleitung. Das ist schon sehr schwierig. Das ist schon sehr schwierig. Die Begleitung. Wir haben einen Ränen bei dem Gemma-Lenz in der Düsen. Ich habe einen Ränen, den Tag bei diesem Gemma-Lenz-Kuch, aber nicht mehr so gut. Ich habe es schon einmal im Gemma-Lenz-Kuch, aber ich habe es das alles schon in der Düsen. Aber ich habe es nur noch einen kleinen Fisch! Ich habe es nur einen Ränen, damit ich habe, aber das Nächste, der Nächste, Jetzt bin ich da. Das ist immer noch ein bisschen, weil ich jetzt auch kurz richtig ausgelegt, hier ist das alte. Oh, man. Ich habe ein bisschen älter. Ich bin jetzt auch schon lange in der richtige Beklein. Die Beklein�� sind fest. Es ist jetzt schon fast schon. Oh, das ist sehr gut. Ich habe hier gekauft, aber ich habe hier gekauft, dass ich gekauft habe. Ich habe hier eine Schottbülle gekauft. Oh, der Schottbülle! Nice! Das ist gut. Ich habe jetzt die Karte gemacht. Jetzt sind die Leute hier 30 Minuten. Ich denke, dass ich heute noch ein paar Deco ist. Jetzt sind wir alle wieder zurückgebracht. Ich bin alle wieder zurückgebracht. Ich bin alle wieder zurückgebracht. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das war ein Kind. Die Haare sind schon ein bisschen alt. Ja, die sind immer noch die Hose. Es ist 100 Tage alt. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Highlighter. Ein Ribon. Oh, so schön. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Er ist begeistert. Du bist ja der schönste Neo. Süßes Fliege. Ja, ja. Aber es sieht sowieso schon viel erwachsener aus. Das habe ich dir doch geschrieben. Ja. Und das heißt jetzt Neo? 100 Tage. Das ist auch 100, 100, 100. Auch das nächste Zeichen. Hier geschrieben. Liebe unsere Neo. Herzlich Glückwunsch. Das sind deine 100 Tage. Dauna? Ja. Das ist zu klein. Der ist zu dick. Der muss unten so einen Halb halten. Okay. Du versteckst dich dahinter. Genau. Das ist gut. Hast du noch nicht? Ich mache noch mal. Dann machst du noch. Das ist ja lustig. Das ist gut. Danke. 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 Das ist gut. Danke. Okay, das ist gut. Okay, Papa. Go. Voll mal rein. Sehr gut. Danke, danke. Danke, Charissa. Ich komme von der Torte. Das ist gut. Ja. Sie wussten ja das nach Exkurs an. So, der zieht. Jetzt. Warte. Ich habe ganz freundlich. Ja. So. 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 Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und lasst es euch gut schmecken. Vielleicht möchtest du noch sagen, was wir hier vor uns haben. Dass diesen Reiskuchen heißt Pek Solgif, Pek heißt auch 100. Ich habe bereits immer diesen Kuchen vor, für uns so 100 Tage. Okay. Danke! So. Ich probiere es jetzt. Ich will probiere mal so ein dickes Grünes. Die sind besser. Ich wurde halt … Die haben jetzt eine rote Bohnenfüllung. Die ist echt lecker. Mmh. Red Beans gibt es in Korea ganz viel. Eben wirkt er auch ein bisschen widerspiegelt. Einmal trinken und dann schlafen. Letztes Mal hat er nur 120. Hast du auch Hunger an dir? Er hätte den ganzen Tag noch nichts bekommen. Du Speckmaus. Kein Wunder, dass er so Speck ist. Null Geduld. Da muss man sich melden. Die dicken grünen. Die dicken grünen. Die dicken grünen. Oh, was ist denn das da drin? Ich dachte das war ein süßer Sen, aber es war kein bisschen süß. Wobei ich finde Reiskuchen schmeckt ganz gut. Das ist alles nicht so zuckersüß wie in Deutschland. Das ist eher ein gesundes Snack. Ich habe gerade noch ein kleines, rundes, weißes. Die sind auch gut. Die haben verschiedene Fühlungen. Aber den weißen mag ich auch. Das ist gut. Wie machst du das eigentlich da? Und sprichst du auch mit ihm koreanisch? Ja. Und wie antwortet er? Äh. Boah, der stirbt gleich. So müde. Best time of the day. So, dann klappen wir immer die Augen so rein. Ja. Und gleich freut es sich, wenn ich in die Windel wechsle. Weil da wacht er wieder auf und dann ist Party angesagt. Erkennt ihr sie schon im Spiegel oder sieht was im Spiegel ist? Ja. Wenn die morgens aufwacht, dann lächelt sie sich auch selbst im Spiegel an der Stange. Und im Spielsversteck. Ja? Ja, unter dich. Genau. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Das einzige was du kannst, ist deine Finger in den Mund stecken und dann sich freuen. Oh. Ich mein' mir wenn er zwei nimmt, dann... Ha. 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 Der hat echt gut. Ha. Das ist gemein. Der hat das erste mal den Mund geäfft. Ich mach immer. Ich gebe Nudeln hin oder Fleisch und der guckt immer nur. Papa guck mal da mal an. Ha. 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 Was hast du da? Einmal ein Bild von mir. Das sind doch echte Ähnlichkeiten. Das ist geil. Er ist ein paar Stunden alt. Hässlich. Was ist das für den Zombie ganz rechts? Hast du das nicht gesehen? Das ist ein bisschen wie Neo jetzt. Das ist ganz frisch. Da ist er vielleicht 1, 2, 3. Aber das sieht wirklich aus dem Video. Ja. Da ist auch so eine kleine Gase. Guck mal was das für ein Speckmops ist hier. Oh. Wie viel? Ne, das ist das wie ich. Das kann doch jeder sein. Du hast doch ein Bild. Oh. Das ist süß. Aber du hattest blonde Arme. Das sind ja schön. Gesicht. Ha Yea. Da ist ja Christoph. Der ist배 subscriber. Der ist woher der Kinder die für auf geht. Genau und den Arme auch gehten. campo. Jetzt seid ihr? Hahaha! Glei. Mude von statue. Ich und ich mit 32, wir sehen sehr ähnlich aus. Ich bin über auch.